Ja, Samet Amca, hab so Lachmatschungen gebracht, ja? Bruder, das sieht wieder zu wild aus. Ja, Mann. Schnell da, brauch doch so Zitrone, Bruder. Holum, warum raucht ihr wieder? Samet Amca macht wieder einen auf Hoca, ja? Wallabilla, ihr macht hier miese Hotbox und alle oben in Frankfurt riechen das. Bruder, Frankfurt riecht super stabil nach Taube Minze mit Glühbirne auf links gedreht. Trämig, Bruder. Wenn jemand so mies Auge macht, haben wir immer noch so zack, zack, du weißt. Rafet, Bruder, hat nicht nur Aggressionsprobleme, weil er in Tipico 50 Euro verloren hat, nein, er hat noch zwei Butterfly-Messer von seinem Cousin Emre geklaut. Dennis hat als einziger knapp sein Abi bestanden und möchte jetzt irgendwas mit Bank machen, so mit Schneeballsystem halt. Und er hat so vier miese Schlagstücke aneinander geklebt. Mehmet ist so der witzige Typ, Wallabilla, aber die Lehrer mochten ihn so nicht. Er hat so zwei Ketten von TK Maxx geklaut, ja? Und ich bin Levent, Bruder, ja? Bin zu krass. Alle Chaiers stehen auf mich und ich hab so ein Dönermesser und ein Schleifgerät. Möhre, ihr seid alle adoptiert, ja Salami, und jetzt macht Shuttleboxen, Jane. Tschüss.